Musik 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 So jetzt hier ist das Ideal Der Dach von dem frühen Otto. Und von dem Hochschild ab. Doch, es nimmt auf. Na gut. Okay, wir schreien das einfach zusammen. Auf jeden Fall. Okay, dann spügt zwei gehen das in die Schwallengalerie und dann, ja, was kann man sein? Dann gehen wir rumgeistern und dann, jo, wird cool. Wird cool, ne? Jetzt sind wir hier draußen, das Wetter lacht, die Sonne lacht, die wie immer lacht. Genau, richtig mein Bro. Guck, da kannst du uns sehen. Yeah. Okay, das reicht für den Anfang. Auf jeden Fall. Wir machen dann mal nachher weiter. Bis dann, tschüss. Ciao. Ja. Die Kamera. Jetzt sind wir auf Akkord. Und dann kannst du dann nachher auch wieder zusammenhalten. Jetzt fahren wir eine runde Rolltreppe. und dann, ja, oder wie ich mal ganz gerne mal spaßhalber, aber so mal sage, Mensch, in die Kamera gucken. Und so oben links. Maritoree. Und, ja, da bin ich immer, aus Spaß gerne mal, so, wie ich spaß habe, ganze Zeit nennen, Karussell fahren. Karussell fahren. Ja, genau, richtig. Karussell fahren. Karussell fahren? Ja. Aber nur ab und zu mal, nicht immer. Aber, wenn ich mal ab und zu mal gehe, wenn ich hier, Pfand suchen tue, um hier oben zu gucken. und dann, ja. Oder wenn ich heimfahre, gehe ich auch hier durch, weil es hier einfach viel schöner und auch relaxer ist. So, gehen wir wieder runter? Und wieder runter. Und Karussell wieder runter. Oder wieder von dem einen, Hoshi da, namens Mino, der hat damals mal gesagt, chinesische Rolltreppe. doch, hat er mal gesagt. Und, jo. Jo, ich hoffe, es war echt cool. Ich mein, bester, aller Zeiten. Ist so, oder? Ja, ist so, ist cool. Das sind echt die coolsten. Wir sind die coolsten, wenn wir cool sind, wenn wir die City düsen. Das wird wieder witzig. Auf jeden Fall. Am lustigsten ist es aber, wenn man das ungeschnitten lässt. Wenn man die ganzen tollpatschigen Zornen einfach drin lässt. Die unsensierte Version. Einmal die sensierte Version und einmal die unsensierte. Oder wie wollen wir das machen? Mal gucken. Okay. So, jetzt machen wir hier wieder Stopp. Okay. Okay, wir sind hier wieder in Schrammstadt. In Dreisar. Und wir machen heute mal die Stadt unsicher. nach dem, äh, Nütter, Linden. Kommt jetzt Part 3. Äh. Wir expandieren. Ja, gewehrvolle Kanne. Wir machen die, äh, die YouTube-Videos immer aus einer anderen Stadt. Heute ist Dreisar dran. Morgen ist dann London dran. Obwohl. Ähm. Aber, aber erst mal, erst mal gehen wir, aber erst gehen wir zu mir in meine Bude, wo ich momentan wohne. Aber dies Jahr hab ich geplant, ähm, und, äh, umzuziehen irgendwann. Jo. Aber erst mal wohn ich auch hier im Hexengässchen. Okay. Soll ich ausmachen oder anlassen? Ähm, das muss ich anlassen. Soll ich dagegen. Okay. Werden wir auf Menschen stoßen? Ja, natürlich, Jo. Ja, dann mach ich lieber aus, weil wir haben ja keine Erlaubnis, die zu fragen. Okay. Also dann, ähm, winken wir nochmal in die Kamera. Und tschüss. Und tschüss. Pusch. Und der möchte euch mal ein tolles Lied zeigen. Mach mal an. Ja. Hallo Leute und ab jetzt. Ja. 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 Ähm, wir sind noch bei mir im Zimmer. Und, jo. Und wir gehen gleich raus, oder? Ja. Ja, wir gehen gleich raus. Und, ähm, du hast irgendwas gesagt von Bahnhofstraße. Genau, von der Bahnhofstraße. Und dann, jo. Und dann rumgeistern. Alles klar. Dann, bis gleich. Tschau. Tschau. Hallo Leute! Ich bin's, der Tork und ihr der Jens. Wir sind in der Bahnhofstraße. Hier wird kräftig gebaut und wenn das hier alles fertig ist, wird es echt hammergeil, wenn das alles hier fertig wird und auch klein wird. Alles ist echt wunderschön. Okay, dann war's das jetzt. Wir haben genügend Filmmaterial. Und hier kann man echt sehr gut leben. Okay, dann macht's gut liebe Freunde auf Youtube. Oh, jetzt gibt's hier noch ein bisschen Stress. Dann machen wir mal den Abflug. Okay, dann. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und gute Laune! So, hallo Freunde. Wir sind hier in meinem Lieblingsgeschäft im DM. Und zeigen wir mal was du gekauft hast. Und eben habe ich mir, nach 96, mir auch ein Selfie-Stick gekauft wie mein Bro. Einfach echt cool. Ja, ich habe ihn angesteckt mit dem Selfie-Stick. Und jetzt machen wir einen zusammen. Da kann er auch viele Videos drehen. Genau. Okay, dann. Tschüss. Tschau. Und du würdest das nicht angeschlossen? Wie findest du das? Tschüss. Yes. Yes. And I peek it Don't you know. On rubrics and runes I just in the night In the night